Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme Elite Dangerous, wo ich noch gar nicht weiß, was ich jetzt eigentlich so genau tun werde. Ich hatte ja letztes Mal Geld verdient, einiges. Wie viel ist es denn jetzt? 25 Millionen, ich glaube das ist der höchste Kontostand, den ich bisher jemals hatte und ja, den Rang Master haben wir ja schon gehabt. Ich weiß auch gar nicht, was habe ich denn zuletzt gezeigt? Ja, wir haben immer noch dieses blöde... Verdammt, Schluck auf, natürlich. Kaum die Aufnahme gestartet, Schluck auf. Super. Was machen wir denn? Ich habe am letzten Mal Geld gesammelt und ich glaube... Ach komm, ich würde gerne... Ich muss mal gucken. Ja ne, mit der lohnt sich das nicht. Ich überlege gerade, ich würde gerne mir eine Kobra schon mal holen und die ausrüsten für Aufklärung, aber ich glaube, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Geld für haben. Ich glaube, wir gehen einfach noch mal gucken, ob wir hier noch Bürgerkrieg haben, dann können wir noch ein bisschen unseren Ruf bei der Fraktion verbessern, für die wir gerade leider keine Missionen machen können, weil wir ja bei denen gerade gesucht sind. Deswegen bin ich auch ausnahmsweise im Solo-Modus unterwegs, weil ich keinen Bock habe, dass irgendjemand sich unser Kopf Geld schnappt. Äh, einfach mal gucken. Es ist zwar jetzt, naja, ein bisschen... Ein bisschen Wiederholung drin. Oh. Vorsichtig im Straßenverkehr. Ein bisschen Wiederholung drin, wenn ich schon wieder kämpfen gehe, aber... Ich glaube, das ist okay. Da wird keiner größere Schwierigkeiten mit haben und ich meine, ich habe es ja schon häufiger jetzt gesagt, das gehört halt zum Spiel, ne? Geldschäffeln, Rang erhöhen. Und ich habe jetzt auch mal gelesen, wie das mit dem Aufleveln funktioniert, mit dem Kampfrang. Das ist ja nun doch durchaus limitiert, sag ich mal. Denn ab einem bestimmten Rang kriegt man für Abschüsse von niederen Rängen gar keine XP mehr dafür. Zum Beispiel... Also ich glaube, ab Experte kriegt man für das Abschießen von Schiffen mit harmlos... Mit harmlosem Rang gar nichts mehr. Aber weißt du was? Anstatt wieder in die Kampfzone zu fliegen, von der ich ja gar nicht weiß, ob sie noch existiert, das sieht nämlich gerade gar nicht so aus und das lässt sich ja auch rausfinden. Wieso gucke ich nicht einfach hier nach? Ja, der Bürgerkrieg ist vorbei. Leider hat das Citizens Forum seinen Einfluss eingebüßt im System, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir gucken uns einfach mal ein paar Signalquellen wieder an, so zur Abwechslung. Mal gucken, was uns da so begegnet. Hier ist erstmal nichts. Gar nichts könnte man sagen, aber der hat uns auch irgendwie viel zu weit... Huch, der hat uns auch ganz komisch rausgespuckt hier. Leider zeigt er einem den Infotab ja nicht mehr an. Okay, ich würde sagen, das hat nicht richtig funktioniert. Wir sind nicht da rausgekommen, wo wir rauskommen sollten. Also suchen wir uns eine andere. Die Signalquelle will uns ja offensichtlich nicht. Was können wir denn noch machen? Also wenn der Bürgerkrieg jetzt vorbei ist... Unser Standing als... Also unsere Platzierung hat ja sich nicht geändert. Genau, wir sind nach wie vor auf Platz 1. Wir könnten natürlich wieder ein bisschen... Ein bisschen auf Gegnerpirsch gehen für Rang 4 und so. Ich will ja immer nochmal Rang 5 erreichen, einfach 100 Mal gemacht zu haben. Aber das ist... Ach nee, Weak Signal Source ist mir zu blöd. Aber... Rang 5 ist halt wirklich, also... Das ist schon ein bisschen sehr viel Grind. Wir können aber mal schauen... Das mache ich mal gerade jetzt. Oh, ich sollte meine Uhr starten. Wir können mal schauen, welche Systeme hier gerade eventuell... Ah, da wird nichts mehr gehen. Diese Crime Sweeps wollte ich mir ja immer nochmal ansehen. Aber da gibt es nur dieses eine System und da ist schon... Ja, Expansion ist schon erreicht. Das lohnt es ja dann gar nicht wirklich. Aber da haben wir noch eine Signalquelle. Komm, wir nehmen uns jetzt mal eine Signalquelle vor. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Gleich gibt es ja was Spannendes. Cool wären mal Signalquellen, bei denen man dann Missionen kriegt. Ich freue mich ja schon... Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht... Na toll. Äh, dass ich nicht zu viele Folgen aufnehme, weil ich nächste Woche... Wahrscheinlich ungefähr genau zu der Zeitpunkt... Ungefähr genau... Ungefähr zu der Zeit, wo die Folge hier rauskommen dürfte... Müsste dann ja auch die 1.4 Beta laufen. Die geschlossene. Und ich würde gerne versuchen, mit so vielen Botschaftern wie möglich... Äh... Ein bisschen CQC zu testen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ich weiß gar nicht, wer von den Botschaftern alles den Beta-Zugang überhaupt hat. Aber das wird man dann sehen. Einfach mal... Einen Aufruf starten und gucken, wer alles da kann. Dummerweise ist das, da die meisten von denen bei Twitter aktiv sind... Und Twitter nur diese beschränkten Zeichenmengen hat... Weniger als eine SMS, ey. Das ist so krank. Weißt du? Eine SMS schafft 160 Zeichen, ein Tweet schafft 140. Das ist ein bisschen ätzend. Und ich kriege es ja auch immer noch nicht hin, Twitter und YouTube irgendwie so zu verbinden, dass die Videos automatisch getwittert werden. Was noch extrem ätzender ist, weil ich fast schon glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen Einfluss auf die... Äh... Zuschauerzahlen hat. Folgen, die ich von Hand dann twittere... ...haben da doch etwas bessere Karten. So, jetzt will ich aber bei der Signalquelle rauskommen, ja. Oder zumindest sollte hier jetzt was sein. Was haben wir denn da? Ist das wahrscheinlich irgendein Frachter oder sowas? Ja, natürlich. So ein Mist. Bäh, was hast du jetzt davon? Leichter Grafikfehler, aber hier kann man mal kurz... Hier kann man tatsächlich sehr schön wieder mal den Detailreichtum bewundern. Das finde ich schön. Und was für schwache Schilde den Typ 9 hat. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier so mache. Im Moment ist es einfach nur ein bisschen sinnloses Rumgefliege. So, ohne Kampfzone und alles ist das ja schon... ...bisschen... ...ja, was tun. Was tun, was tun, was tun, was tun, was tun. Abgesehen davon ist es mal wieder brutal heiß heute. Hm. Beim NAV-Beaten können wir uns leider auch nicht rumtreiben. Das wäre nicht so cool, weil wir ja... ...müssten wir nicht als gesucht gelten. Vielleicht weil die systembeherrschende Fraktion jetzt das... ...Netcoms Corporation ist, dann könnten wir ja für die Missionen machen. Das sollte ja gehen. Wir sind ja auch nicht mehr als gesucht angezeigt. Nur bei den Stationen, weil die ja immer noch der... ...dem Citizens Forum gehören. Das ist irgendwie... ...dann schwierig zu sagen. Wenn die gar keine Stationen kontrollieren, wie macht man das dann? Es fehlt irgendwie eine Übersicht, die einem anzeigt, wer, wo, welche Stationen beherrscht. Jetzt, dass man einfach gucken kann von mir aus hier in diesem... ...dem Tab hier. Was gehört euch denn eigentlich? Das wäre schon praktisch. Aber wir gucken einfach mal, was die anzubieten haben. Aber ich glaube, heute schaffe ich nur eine Folge aufzunehmen. Ich meine, ich habe ja jetzt sowieso ein bisschen vorproduziert. Aber es ist einfach viel zu warm. Ich merke das jetzt schon wieder. Boah, Alter. So langsam fangt ihr an zu nerven. Na komm. Wir lassen uns mal abfangen. Dann müssen wir wenigstens ein bisschen Action haben. Wie schaffen die das eigentlich abzufangen, ohne dass sie durch die Gegend schleudern? Na komm, schieß doch auf mich. Wie, du schießt nicht mal? Du bist ja langweilig. Da muss ich dich leider töten. Du bist hier in Feindgebiet, ja? Ich hoffe, das war die Flair. Auch wenn seine Sprüche eher auf das Verhalten eines Piraten hindeuten. Boom. Ja, und was die Geschichte angeht, die ich vorhin angedeutet habe, von wegen meine Kobra holen, da würde ich ja gerne nach Shinra-Tadesra fliegen. Hallo, komm. Um da das Ganze preisgünstig zu erhalten. Aber nicht mit der Vulture. Das sind einfach zu viele Sprünge. Da würde ich mir, glaube ich, eine Sidewinder so ausrüsten. Also erstmal die kaufen und dann so ausrüsten, dass ich mit der maximale Sprungreichweite habe. Und die dann vor Ort wieder verkaufen. Um davon dann die Kobra und so, damit ich nicht wieder ein sinnloses Schiff irgendwo rumfliegen habe. Beziehungsweise, dass die Vulture dann nicht sinnlos rumsteht. Aber gut, dann gucken wir erst nochmal nach Missionen. Dann machen wir es halt für die Netcoms Corporation. Versuchen wir gleich mal von der richtigen Seite zu kommen. Stationen sind ja in den meisten Fällen zum Planeten hin ausgerichtet. Das erinnert mich daran, dass ich mal wieder Kerbal Space Program spielen müsste. Aber das ist einfach so unglaublich komplex. Vor allem, was bei Kerbal Space Program immer mich so ein bisschen stört, sag ich mal. Das ist wie früher bei Diablo 2. Bei den Technologiebäumen im Karrieremodus kann man sich halt einfach verskillen, sozusagen. Wenn man nicht die Technologien in der richtigen Reihenfolge kauft. Ist das halt blöd. Weil man dann nur sehr schwer wieder zusätzliche Forschungspunkte kriegt, um die nächste zu kaufen. So, und hier sind wir jetzt natürlich wieder wanted. Ach ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich muss sagen, also ich habe das ja früher öfter mal angemerkt, dass mich das Spiel ein bisschen... Also es ist zwischenzeitlich langweilt, ist so negativ. Aber dass es halt nicht immer so spannend ist. Aber seit ich den Joystick habe, ist das ein ganz anderes Gefühl plötzlich. Da ist das gar nicht mehr so extrem so, dass ich jetzt denke, boah, das ist so anstrengend, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Vielleicht liegt das daran, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe... Äh... Oh mein Gott. Schon wieder Elite. Aber... Ne, anders. Quatsch, was rede ich denn da? Wahrscheinlich ist es im Moment eher noch so, dass ich denke, boah, Joystick, neues Spielzeug und bla, ne? Das Kind im Manne, wie man so schön sagt. Neulich schon gemeint, äh, technisches Spielzeug ist immer ein Grund für einen... Also es ist natürlich ein bisschen Klischee, ne? Aber mein Stiefvater zum Beispiel, dem habe ich gesagt, wenn er seinen Fernseher zu kompliziert findet, weil der Fernseher ein eingebautes WLAN hat und er nicht wusste, wie man das einstellt, da habe ich dann zu ihm gesagt, tu, wir können da ruhig tauschen, mein Fernseher hat kein eingebautes WLAN. Aber, um auf dem Klischee rumzureiten, man wird einen Mann nicht dazu kriegen, technisches Spielzeug aufzugeben. Oh, wir können doch schon wieder Missionen machen fürs Citizens Forum. Hm, ich will keine Authority-Ships abschießen. Drei Pirates in Calinero mal wieder abschießen. Mal gucken, wie sieht es denn aus. Für die Netcoms Corporation würde es ja mehr anbieten. Kartoffle-Mann sollen wir abschießen. Ja, super. Aber die Netcoms Corporation hat ja den höheren Einfluss. Huch, nein. Aber wir machen trotzdem das. Es bringt zwar weniger Geld, aber den höheren Einfluss. Und wir waren ja auch dabei, unseren Einfluss beim Citizens Forum zu erhöhen. Können wir ja mit der hier kombinieren. Und dann lohnt sich das finanziell auch mehr. Vielleicht kriegen wir ja sogar hin, dass die Missionen sich quasi... Also, dass die kumulieren. Dass wir für die eine Mission drei Piraten, für die andere Mission zwei Piraten abschießen müssen. Und es ist auch beides im gleichen System, ne? Jo. Dann werden wir einfach mal gucken. Vielleicht klappt's ja. Oh, oh, oh. Oh, Alter. Lass mich raten. Unser Kopfgeld gilt jetzt wieder für... Okay, nein. Das wär's ja noch. Wenn das jetzt wieder auf... ...ne Woche angewachsen wäre. Das ärgert mich auch immer noch mit dem... ...Kopfgeld. Musste das denn sein? Wir sind doch ganz brave Bürger. Frameshift Drive Charging. Einfach mal hoffen, dass das... ...dass uns das nicht doch noch zum Verhängnis wird. Ich bin halt auch ein bisschen stiller, weil es so warm ist. Und für den Zuschauer, der gefragt hat... ...wegen Batman... ...ich habe ja von Warner die Antwort neulich nochmal gelesen... ...wegen Arkham Knight. Und da stand drin, dass sie grundsätzlich bei allen Videos... ...die Erlaubnis geben, dass man die Videos macht... ...dass man sie nur nicht monetarisiert. Ich glaube, das krieg ich hin. Na komm, du willst doch direkt mal von uns... ...zerstört werden, oder? Ach, langweilig. Hm, 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 hm. Ich habe auch gar nicht so richtig was zum Labern. Fällt mir gerade so... ...schlimmerweise auf. Ja, für den zum Beispiel, Novice... ...für den kriegen wir, glaube ich, noch XP so gerade. Aber auch nur das 0,25-fache... ...was wir kriegen würden, wenn wir auf gleichem Rang mit ihm wären. Aber dann war meine Vermutung ja richtig. Ich hatte das ja neulich in der Kampfzone gesagt, dass ich vermute, dass das... ...dass es da einen Zusammenhang gibt. Zwischen dem Rang des zerstörten Ziels und dem... ...dem eigenen... ...hat ja nicht mal Schilde. Keine besonders geschickte... ...Kombination. Gesucht zu sein und keine Schilde zu haben. Den schnappen wir uns jetzt mal. ...Bumm, das ging erfreulich schnell. Und das war auch ein schöner Bounty-Claim. Gucken wir mal, ob das jetzt kumuliert hat. Tatsache, das ist ja wunderbar. Dann schlagen wir... ...fünf Fliegen mit zwei Klatschen. Hallo? Achso, cool, da. Ich dachte schon, es war wieder unser blödes Energie-Management. Ich muss mir überlegen, vielleicht bastle ich noch ein bisschen an dem Fitting rum, dass ich nicht so viel mit dem... ...mit den Prioritäten des Power-Management rumbasteln muss. Weil das schon eher unpraktisch ist, so. Aber... ...mal sehen. So, wir nutzen mal die Gelegenheit. Eigentlich könnte ich das ja auch beim Nuff-Beacon versuchen. Ja, das hat sich ja gewohnt. Und jetzt fliegt er uns davon. Wir haben schon einen Schweinehund. Ich habe auch immer noch nicht so ganz raus, wie das jetzt funktioniert mit dem Abfangen. Ich habe immer den Eindruck, man muss schneller sein als der Gegner. Hallo? Ach, ist der Interdict da jetzt ausgefallen? Ähm, man muss schneller sein als der Gegner, aber... ...ähm, auch natürlich die entsprechende Reichweite haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Vermutung richtig ist. Da müsste ich eventuell mal nachlesen. Ich lese ja auch ganz... ...viel im Wiki immer nach. Wobei man ja bei Wikis immer vorsichtig sein muss. Die Idee hat leider auch nicht funktioniert. Ich dachte mir, wenn ich vielleicht die... ...wenn ich die Geschwindigkeit reduziere... ...klappt es besser mit dem Abfangen. Dass man dann nicht um sich selbst trudelt und so. Und Schaden nimmt. Aber das scheint nur zu gelten, wenn man abgefangen wird. So, du kleiner Kurier. Was willst du uns denn entgegensetzen? Hm, ne? Schaffen wir es mit einer Ladung... ...einen Kondensator, eben die Schilder abzunehmen? Oh ja, ne? Da ist die Schildbatterie gezündet. Nein, das hat funktioniert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt habe ich über CQC gelesen. Wie wir das auf der Gamescom gespielt haben, funktionierte das ja folgendermaßen. Man hat seine bestimmten Ränge... ...also man hat seinen Rang... ...und entsprechend des Ranges hat man Zugriff auf bestimmte Schiffe. So, das war schon mal die erste Mission. Und entsprechend des Ranges hat man bestimmte Schiffe mit bestimmten Fittings zur Auswahl. Und jetzt soll das wohl so geändert werden, dass man mit den Schiffen die Ausrüstungsteile zwar immer noch freischaltet, aber dass man dann nicht feste Setups hat, sondern die sich entsprechend selber zusammenstellen kann. Entsprechend dessen, was man vorbereitet, also was man freigespielt hat schon. Was natürlich auch... ...ne Möglichkeit ist. So, einen Piraten brauchen wir noch. Du vielleicht? Ne, du bist sauber. Und wie sieht es denn mit dir aus? Mr. Asp. Du wärst zumindest ein lohnenswertes Ziel, weil du uns noch XP gibst. Und zwar die einfache Menge einfach nur. Die Extraction-Site wäre natürlich auch mal ein Besuch wert. Vielleicht fliege ich da für die nächste Folge mal hin und mache dann eine ganz entspannte Mining-Folge. Einfach nur, weil ich das ja bisher erst ein einziges Mal gemacht habe und ich die Drohnen noch nie gezeigt habe. Oder selber benutzt habe, geschweige denn. Da werde ich mal schauen. Ich freue mich ja auch, wie viele... Also, wie viele ist gut, aber... ...dass tatsächlich einige Leute... Ich weiß nicht, ob das an Karash lag oder an der Gamescom-Geschichte oder was, aber... ...dass tatsächlich einige Zuschauer dazugekommen sind... ...seit ich da mit Karash aufgenommen habe. Das freut mich. Ich freue mich ja über jeden. Ich sag's ja auch schon. Und da muss ich auch Karash mal völlig zustimmen, ...der ja dann darüber sprach, warum er seinen Twitch-Stream nicht monetarisiert. Ich mache das ja auch nicht wegen des Geldes. Ich habe das zwar neulich schon mal in der Folge gesagt, aber ich mache das ja auch nur zum Spaß. Wenn was dabei rumkommt, bin ich natürlich auch nicht böse, ne? Aber... Wer wäre das schon? Das finde ich aber immer ganz lustig. Ich höre immer von einer Freundin, die mich immer fragt, warum ich denn versuche, mit meinem Hobby Geld zu verdienen. Weil ich ja auch... Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich bin ja auch musikalisch unterwegs. Das wissen ja einige. Und versuche, Musik zu machen und so. Und da sagt sie immer, wenn ich das machen würde und das funktionieren würde, ob ich dann nicht den Spaß am Spielen verlieren würde. Aber... Also sowohl jetzt hier spielen, im Sinne von zocken, als auch Gitarre spielen oder was auch immer Musik machen halt. Ob ich dann nicht den Spaß an den Instrumenten verlieren würde oder den Spaß an der Musik. Und... Naja, ich weiß nicht. Das ist natürlich immer so eine zweischneidige Sache. Liebt man sein Hobby genug, um das als Arbeit zu machen? Aber ich merke das ja bei meinem eigenen Qualitätsanspruch. Ich sag mir ja, ich will jeden Tag mindestens eine Folge eines Let's Plays hochladen. Speziell, solange ich damit noch nichts verdiene, vor allem. Also noch nicht, dass ich halt nicht meinen kompletten Tagesablauf danach ausrichten muss, sag ich mal. Aber ich denke mir halt auch, würde ich davon leben müssen, sag ich mal. Dann hätte ich natürlich noch andere Qualitätsansprüche, dann würde ich auch mehr machen, wahrscheinlich dafür. Aber so... Sag ich mal, reicht mir der Anspruch, den ich bisher habe. Dass ich das immer mal ein bisschen aufwerte und aber so, dass ich den Spaß am Spielen nicht verliere. Denn Let's Play zu gucken, wo du merkst, der Typ hat gar keinen Spaß daran, sondern macht es nur, um abzuliefern. Das würde dann wahrscheinlich auch niemand gucken wollen, wenn ich jetzt... Wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Also das ist ja die Deutschlands-TV-Persönlichkeit Nummer 1 aktuell, tritt ja ab. Und ich glaube, der Rapp hat einfach keine Lust mehr darauf. Das reicht ihm jetzt. So, und das finde ich so verwirrend, dass einige Leute da dann sich so wundern. Weil zum einen hat er damit genug Geld verdient, dass er in seinem Leben nie wieder einen Tag arbeiten muss. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn es ihm einfach keinen Spaß mehr macht, dann ist es doch sein gutes Recht da aufzuhören. Und so sehe ich das halt auch. Wenn man keine Lust mehr darauf hat, dann soll man es nicht mehr machen, wenn man die Möglichkeit hat. Aber ich bin ja auch ein ganz großer Fan der persönlichen Freiheit. Deshalb... Ja, ne? Sehe ich das vielleicht da ein bisschen... Ich scheue mich immer ein bisschen vor dem Wort liberal, weil... Ohne jetzt... Ohne jetzt zu sagen, die sind doof. Wenn man heutzutage das Wort liberal verwendet, dann wird man immer gleich so in die Richtung der FDP gedrängt. Und egal, ob man die jetzt mag oder nicht. Das, was die unter Liberalismus verstehen, ist natürlich wirtschaftlicher Liberalismus. Und ich meine damit eher politischen oder sozialen Liberalismus, wenn ich liberal sage. Also eben die persönliche Freiheit. Aber... Naja, das ist jetzt hier nicht... Also hier, Politik ist hier nicht das Thema. Das ist auch nur... Also es ist auch selten ein Let's Play geeignetes Thema überhaupt. So, wollen wir uns mal unsere... Huch... Bounties abholen. Jetzt muss ich mal grad schauen, ist das nicht eigentlich viel mehr als wir... Ja, 213.000, dann ist es tatsächlich richtig, was ich... Also hat der Karrash sich geirrt, möchte ich fast sagen. Abgeben können wir das hier aber nicht, ne? Die Mission... Wer ist ja noch... Vielleicht gibt es ja einen Kurierauftrag nach KAMHD nur zurück. Nur Charity. Nee. Ah, die Folge kriegt schon wieder Überlänge. Aber das macht ja nix. Dann wollen wir doch mal wieder zurück. Nachdem sich neulich der treue Zuschauer... Toshi oder Yoshi... T-O-T-G. Ich weiß gar nicht, wofür soll das eigentlich stehen, das T-O-T-G. Soll das überhaupt ne Abkürzung sein? Auf jeden Fall, der hat ja gemeint, er würde sich auch... Mit über 30-minütige Folgen freuen. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit ich selber habe. Aber da ich ja jetzt nicht mehr so mit Stoppuhr und allem aufnehme... 4, 3, 2, 1... Kriegen die Folgen ja eh immer schon so ein bisschen mehr Länge als üblich. Muss ich mal... Muss ich doch mal schauen. Ob sich das wieder bei 20 einpendelt oder ob das jetzt immer so... Minimal 20 Folgen werden. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen nachtanken noch. Powerplant Capacity exceeded. Ja, ja, bla. Fuel Scooping. Und wir wollen natürlich... Da wieder hin. Und ich glaube, in der nächsten Folge gehe ich dann mal Minern. Das ist... Auch was sehr Entspanntes. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mit dem CQC machen soll. Ich habe schon gelesen, das wird dann nach den heutzutage üblichen Multiplayer-Möglichkeiten funktionieren. Dass man da halt im Rang aufsteigt. Um nochmal ein bisschen über den... Zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erscheint, eine Woche alten Newsletter zu reden. Fuel Scooping complete. Ähm... Und man kann irgendwie bis Level 50. Oder so. Auf jeden Fall, wenn man das höchste Level erreicht hat, kann man... Wie wir das alle mittlerweile von Call of Duty und Co. kennen... Fuel Scoop desengaged. Auf... Äh... Prestige aufleveln. Verliert dann seinen ganzen Fortschritt, aber... Kriegt mehr Geld für den... Für den... Äh... Für den normalen Spielmodus. Und auch, ich glaube, mehr... Was war denn das andere? Man kriegt da noch irgendwas mehr für. Man kriegt, glaube ich, auch ein Abzeichen. Genau. Und... Das geht dann bis Prestigestufe 9. Da bin ich mal gespannt, ob ich mich tatsächlich hier dann so gut schlage. Weil, naja... Multiplayer, da wird immer jemand... Also... Es wird einfach immer jemanden geben, der besser ist als du. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Es gibt immer einen, der besser ist. Egal in welcher Kategorie, es gibt immer einen. Ähm... Und wenn man was anderes denkt, dann ist man einfach nur selbstverliebt. Von daher... Weiß ich gar nicht so genau... Huch, wir sollten langsam bremsen. Ähm... Ob ich da... Also wie hoch ich da kommen werde. Oder wie sehr ich da Lust habe. Aber da ich das Let's Play hier ja mehr oder weniger unbegrenzt machen will. Und spätestens ja zu Weihnachten uns auch das erste große Update mit Horizons erwartet. Ich bin schon so gespannt. Ähm... Ja, ne... Da werden wir durchaus, äh... Also ich denke mal, ein, zwei Prestigel-Level werden wir da erreichen können. Boah, Alter. Ihr geht mir auf den Zeiger. Aber echt, hä. Und dann noch diese Lags dazu. So, haben wir den Herrn erfolgreich rausgeschmissen. Und können wieder landen. Mehr oder weniger sicher. Ich musste vorhin so lachen. Ich habe ein altes Foto von meinem Zimmer gefunden. Das... Zusätzlich zu der reinen Tatsache, dass es überhaupt existiert, den Nostalgie-Faktor noch ein bisschen erhöht. Weil es ein Polaroid ist. Weil ich als... Äh... Weil ich schon immer total auf Polaroids gestanden habe. Also für die jüngeren Zuschauer, die das nicht mehr kennen, eine Sofort-Bild-Kamera ist damit gemeint. Was nicht heißt mit digital und so, sondern die hat das Bild gleich gedruckt. Und, äh, ein Polaroid-Foto, auf dem mein alter PC zu sehen war. In meinem Zimmer. Da war noch mein erster Joystick drin. Ein Logitech Wingman Extreme. Und was hatte der Extreme, was der normale Wingman nicht hatte? Einen Schubbreder. Und fünf Tasten. Mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Also allein der Flightstick hier hat schon zwölf Tasten. Das ist, äh... Ja, hat sich doch ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich hab noch nie... Doch, ich hatte bei dem Wingman Extreme war damals so eine Flugsimulation dabei. Die ich nie so richtig verstanden hab, weil ich die Missionen immer nicht konnte. Huch, was mach ich denn da? Aber die, ähm... Also was für den Flight Simulator oder so hab ich noch nie mit Joystick gespielt. Ich hatte auch nie einen, also... Deswegen... Also ich hatte entweder keine Flugsimulation oder keinen Joystick und... Naja... Das Flugsimulation-Genre ist ja auch mehr oder weniger tot. Also dieses Microsoft Flight... Free-to-Pay, wie ich manche, wie ich Spiele dieser Art gerne nenne. So, und da hätten wir doch übrigens die halbstündige Folge jetzt. Wir lösen noch schnell die Mission ein. Die Missionen ein. Und gucken, ob wir vielleicht eine Rang-Aufstiegsmission kriegen. Die hätte dann natürlich absoluten Vorrang. Vor der... Ne, ist aber keine dabei. Sieben Piraten für 300.000, das könnten wir eventuell auch mal machen. Aber nicht jetzt. Also jetzt geht erstmal diese Folge zu Ende und ich würde sagen, wir sehen uns dann... Nächste Folge wieder. Hm. Auch schön. Acht Piraten für 400.000. Also wenn man einen hohen Rang hat, dann kann man damit offensichtlich auch ganz schön Geld verdienen. Aber ich wollte ja... Ich habe ja gesagt, ich wollte in der nächsten Folge ein bisschen Erzschürfen gehen. Das werde ich dann auch mal machen. Deshalb sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim fröhlichen Erzschürfen. Bis dahin sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vorher muss ich natürlich noch. So, also bis zur nächsten Folge und tschüss. 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 Vielen Dank.